30 Bananen nur noch? Ja, Crip. Ah, ich bin voll. Komm, ein blauer noch. Jetzt kann ich grad nicht. Oh. Keine Pläne. Das will ich nicht tun. Okay, den Flechdring packen wir erstmal in die Tour, damit wir ihn bloß nicht schrotten. Legendary? Nein. Okay. Das heißt Maxima, Trickstuff. Okay. 1100, ja. Gönn dir uns schon. So, was war's? Kann ich dir auch noch meinen Wunschzettel geben? Zwei Handstreitkolben. Mal gucken. So, und was rollt man da weg? Ähm, wenn irgendein Stun drauf ist, dann das andere. 2,7 Prozent Chance treffende Gegner zu belenden. Oder getötete Gegner erwerben, die werden erfahren. Genau. Das, das rollt's dann weg. Okay. Du hält? Äh. 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 Kriegt mir grad... Oh, das wird mir schon. Oh, die Handschuhe auch. Äh. Äh. Was wünschst du dir unser Jim? Ach. Kann man, ganz, ganz viel. Ich schick dir einen Wunschzettel. Äh. Gar nix krieg ich hier. Gar nix. Ähm. Waffe. Nochmal. Mal gucken, ob der besser ist. Äh. Hier wird wahrscheinlich auch nix sein. Da, 26 reduziert. Ohne den zu rollen. Warum... Ja. Passt doch. Hey. Ich kann da sogar nen Sockel noch reinrollen, damit ich den Stein da reinpacken kann. Obwohl, ich mach ja gar keinen Giftstein, das ist auch egal. Egal, wurscht. Aber ich kann trotzdem nen Sockel reinmachen. Oder was anderes draufrollen. Alles Geschwindigkeit, Ressourcen, Kosten. Ne, das ist gar nicht so doof. Aber räumen wir den mal weg hier. Ah, Vitalität. Das ist gut. Ja. Sehr schön. 924 Vitalität drauf. Passt. Ha ha ha. Ja, Jungs. Ja, Junge. Ja, ich hatte bei mir schon Sockel drauf und 5% Schaden. Ist okay. Jetzt hab ich den Grün reingepackt. Für mehr Crit. Ja. So, können wir noch irgendwie was umrollen jetzt hier? Äh, Quatsch. Da irgendwelche, ähm. Das lassen wir so. Wasser verbündeter lassen wir auch. Ne, aber war Lüft. Ne, Wasser war besser, ne? Wasser war besser. Man hätte vielleicht auch hochstellen sollen. Gehä. Hehä. Hm. Na komm. So. Nix drin gewesen. Hm hm. Hm hm. Jo, nice, junges Dreckengelber, eine Kiste, auch eine Kiste, eine Sackgasse. Die Becken sind auf dem Waren. Er ist schon wieder der erste im Gamechat, der fragt, wie wir mitziehen. Er ist ja echt schon dreist. Oh, eine Faustwaffe, gar nicht mal so eine Wüte. Ist es bei mir hier oben? Natürlich. War bei mir. Ja, müssen wir höher stellen halt. Ja, auf jeden Fall. Warte, hier ist auch noch ein XP-Pool. Ich zieh den mal eben noch. Ich weiß nicht, wer von Speedo kerrig ich mir ein. Also Baskin hat bei sich einen in der Gruppe, der schon 70 ist, mit Paragon 10. Und er selber ist 57. Aber wir stehen jetzt auch hoch hier. Ja, ja. So, eben noch hier identifizieren, zumachen. Ach, der Kieferbrecher ist das, den brauche ich ja leider nicht. Aber den könnte ich fürs Einschmelzen später. Ist auch eine Seele, hallo? Ähm, ja, war für den Cube später, für die Season-Reise. Die Eigenschaft entziehen. Ja. Das ist ja recht wichtig. Braucht er irgendwie 40 oder 60 Stück. Wie hoch sollen wir gehen? Ja, T6 auf jeden Fall. Hallo. Hm. Okay. Auf jeden Fall, sagt er. Ja, runter können wir immer noch. Ja. 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 Ich hab mich direkt getroffen, das Mistvieh. Ja gut. Ich hab 42.000 Leben. Na, also das, da geht schon ein bisschen mehr. Ja, 37. ich doch so okay aber trotzdem okay ich bin rein ausgang ja also ist halt sehr unbequem gerade hier weil ich die scheißglocke nicht sparen kann er kann sich auch auf fünf oder vier unterstellen ja das auf jeden fall und da muss ich mal gucken dass ich mir irgendwie irgendwie muss das doch möglich sein irgendwie ressourcen hier zu kriegen ja ich mir lau'n war schon mal mit lichtblitzen konnte man glaube ich ein bisschen sich was wiederholen ja mit erfüllendes licht und mantra gibt es kein mantra was trotz doch vergeltung trotz aber trotzdem erst 56 erst noch der lichtblitz dann halt und hat die passive erhabene seele reduziert ab wir haben sehen da habe ich drin das habe ich schon aber das reicht halt nicht jetzt jetzt sämtlicher linden ein schaden der nicht physisch ist um 25 prozent ich glaube das nehme ich dann mal statt gelegenheit am schock zum schopf aufzupacken bei jana laura na wie geht's hier es war trotzdem noch ja ja ich gehe ich lieber auf qual 2 runter also ist mir egal diese perma des die sind mega jetzt sind selber ist ja auch kein kein großartigen distanzangriff man beim mönch so gesehen ja außer die glocke wenn man die ja mit zurück ins blick ja was soll es in der season lohnt es sich das heißt lohnt es sich das muss immer entscheiden das petal sie sind thema sind halt diese komischen splitter die man da jetzt kriegt von von manchen bossen die deine helm und in der waffe packen kannst also maximal zwei so gesehen die langen stats haben so wie weiß ich nicht so wie die tier jetzt kann man sagen eigentlich und die kannst du auch noch leveln halt mit anderen splittern die du finden kannst hallo ja Junge ja geiles emote aber es kommt aber so klein rüber schade joshi altes haus jetzt kommen sie alle ja richtig zu später stunde ich sterbe du musst noch ewig drauf waren ich kann eigentlich auch schon ich habe noch keins aber ich habe schon den slot frei nein jungs mädels und diverse ich habe keinen slot bekommen ich bin level 0 ja meta also st ist auf jeden fall wieder mönch so die letzte season hey joshy danke für den sub da bitte kostet mich nichts ja vielen vielen dank ich habe übrigens auf facebook da in deinen post gesehen mit den den raststädten toiletten sehr lecker ist ja richtig abwartig ich bin seinem bizepsis meter ja der auch 40 meter ja jaja water ally beziehungsweise feier mit bei greater rifts ja 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 und das bist du selbst wahrscheinlich ist es besser die handschuhe sind besser das war es eigentlich schon ja ja rox mag es halt kinder zu bulligen das wäre ich nicht das wäre ich nicht das wäre ich nicht ich schreien oh gürtel hm ich glaub der mit der abklingzeit ordnungshüter gürtel oder so ja Wir haben noch eine glüchtige Kinnkarte leben, so wie der spürt die Hitzer gebullied. Wow, Toxic. No Orphans Rocks. Ein bisschen Geschwindigkeit hier. So. 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 das hat viel pubg wenn du bring doch den stern mal mit da und lass ihn da nicht liegen hier kein lieferdienst weihnachten kürer was ist das für ein stab braucht man nicht nein sowohl als auch also wir wollen ja ich gehe da jetzt noch mal runter das ganze innen ach so ich bin ja ausgabe ja da oben da ah ah was bin ich froh wenn ich erst meinen geom ab ja das ist ja abklingzeit nein Nein! Oh Mann ey. Ah, Mörser. Okay, okay, okay. Sorry. Ein Legendary Gürtel wieder. Ich komm nachher nochmal rum, bring ihm das Kindesbett. Ja, alles klar, Yoshi. Mach das. Ach, da hättet ihr auch gar nix drauf, ne? Stab von Kyro. Der nix drauf. Ja, Zähigkeit bringt er mir 10%. Scheiße, dann müsste ich gar nicht in den Sockel drauf, von auf den Helm. Dass ich da übrigens den Rubin da reinpacken kann. Okay, hab ich. Gott sei Dank. Oh, die erste Errungenschaft schon erreicht. Von jemandem. Die sind aber echt abartig fix, manche. Was war das noch übermünschlich? 45er Solo. Im Hardcore. Ohne Set Gegenstände, ne? Ja, GG. Das heißt, er hat ja wahrscheinlich schon den, den, den das Long Game gehabt und schon Legendaries. Natürlich. Und Level 70 inklusive natürlich. Irgendwas auf jeden Fall. Ich sterb. Papa, was noch hier? Stärkung schreien? Da bin ich gerade gerufen, ne? Ah, Ausgangs bei mir. Hm. Necro-Ebenen. Boah, ist ein Doppelpack? Boah. Ei, ei, ei. Was ist das für ein Erfolg? Ach so. Das ist der selber. Nur halt nicht in Hardcore. Kommst klar oder brauchst Hilfe? Ne, lass dich jetzt da liegen. Du bist so doof. Ach so. Okay. Okay. So, jetzt machen wir das Spiel Suche das Elite. Das ist Leid. Das ist Leid. Oh ja. Wow. Oh ja. Oh ja. Stimmt da einfach. Ja natürlich ist da unten. Gott ich hasse diese Ebenen an er. Mh 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 mh. Okay hast du schon gefolgen. Handschuhe. Das werde ich nicht tun. Kann man was vielleicht jetzt grad sind. Hier ist Ausgang. Also hast du noch was okay. Das ist nicht. Das ist nicht möglich. Ach zieht er mich wieder rein? Wieso denn? Ich war doch da vor. Links. Mensch. Ich muss Kinder sein. Das ist nicht möglich. Ich finde die Ebenen. Ich bin natürlich auch der Ebenen. Ich bin ja auch der Ebenen. Ich bin ja auch der Ebenen haben. Ich bin ja auch der Ebenen. Ich werde zurückgehen. Wie viel gibt es pro Stunde? Ich weiß nicht, wie viel. Kann ich hier gerade nicht sagen. Stört fast nicht so sehr. Okay. 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 Ah, Kurschung Geistkraft, oh mein Gott. Bei mir, ne? Nee. Nee. Ah, nee. Nee. Das ist mir. Ah, das ist so. Ah, das ist so. Boah, so ein Schaden. Uff. Ja, die Zähigkeit jetzt so langsam. Ja. Ah. Ich verstehe auch nicht, warum meine Begleiter nicht angreifen, weil die stehen auch manchmal nur so blöd rum. Ja, weißt du, wenn die Primärskills halt ein bisschen mehr Geisteskraft regenerieren, ne? Ja. Ich steck mal so. Das ist echt nix, ey. Bist du da mal was hast? Ah. Bin hier schon gestoppt. Ja, da müsste ich mich dann wieder beleben. Okay, danke. Ja. 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 Das ist richtig. Noch mal. Mal, ich 했어요. Ja. Ah, okay. Ah, Offenbarung erst mit 61. Das ist ja auch blöd. Oh. Wir haben einen 58. Das ist ja auch blöd. Ich habe einen Komplen-Briana-Mara. aus und upgrade hast du noch nicht gekriegt nur diese main splitter bis jetzt ja scheiße, jetzt habe ich mein Ding gewastet, mein Lichtblitz ouch Au, gewittersturm Oh, ein Gürtel von Sherma, auch nicht schlecht Auf jeden Fall besser Ja Das ist nicht Oh, 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 ich kam nicht weg Fuckin' Laser Party Okay Das ist nicht Ich habe einen Goblin Was ist schon Ich habe einen Okay. Das war's für heute. Ja, es kommt schon. 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 Ja, es ist. Ja, es kommt schon. Ja, es kommt schon. Ja, es ist. 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 Ja. Ja, es ist. Ja, wir machen neue Spiele oder was weiß ich. Obwohl wir 78 Prozent runtergehen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Es ist schon ein bisschen Progress da. Wo bekomme ich meinen ersten Begleiter in Pony Level? Was sind das denn schon mehr für halbgares Wissen, was sie hier verbreiten? Ihr Trolls wieder im Chat. Also im In-Gain-Chat. Ich bin aber nicht so weit. Ich bin aber nicht so weit. Das werde ich nicht tun. Da ist noch ein Skelette, der die Glocken unterstützt. Zog ins Blick oder was? Ja. Ach, hier sind dabei die... Die Illus. Die sind doch fast tot. Ja, jetzt ja. Aber irgendwann ist es halt scheiße viel. Und überall nur Gift. Ja. Noch ein Mensch. Ich und Gogo. Das ist ein Normaler. Nein, ich will nicht sterben. Das werde ich nicht. So. Weil ich auf der Linie gerannt bin, ja. Oh, hier sind Goblin. Ja, ein Normaler. Ich hatte ihn noch nicht getriggert gehabt. Nein, er zieht mich zurück. Du Hund. Ach, Gott sei Dank. Werden haben wir? Jetzt kann hier... Ja. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Hm. Hm, Leute. Hm, Lacki hier. Doch. Oh, wieso denn? Mensch. Ja. Das ist ja sein Knockback auch. Na, das ist echt. Ja. Junge, lass du mal sein, ey. Das will mal hier stehen. Einmal kann ich mich noch einer Leicht wiederbeleben. Nein, 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 nein. Uhm. Nein, nein, nein. wieder weg da insane ich dachte ich werde es die ecke da keine chance dieser slow effekt geh weg muss ich am letzten speicherpunkt nicht weg porten oder sowas bleibt kurz da liegen oder so nein ok jetzt komm stirb 1 mm so jetzt aber junger was ein krampf phylakterium habe ich gekriegt ganz toll 1 1 2 und 2 2 1 2 2 2 2 3 1 Soll ich mal Kopfversuchen, ob ich Zuckkriegen krieg? Nein, natürlich nicht. Soll ich mal kurz was trinken, bin zu vollständig. Soll ich mal kurz was trinken. 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 Soll ich mal kurz was trinken.